so was geht ab in parsing jetzt ab da ist auch irgendwas irgendeine ausstellung oder so mein gott er ist die arke oder ist auf jeden fall ist eine ausstellung ist cool mit so irgendwas zum steuern ich zeig euch später da schauen wir auf jeden fall noch vorbei auf jeden fall drehen wir jetzt ein paar runden wegen den eiern und dem staub davor muss ich mir erst mal die große box kaufen die ist schon saftig oder? auf jeden fall gut, ich habe es schon gekauft ja du sowieso so schmeiß mir mal alle zehner rein hier sind super inkubatoren das ist echt zu schade, fünfmal geht auch noch jetzt auch die package, wie viele, zehn oder fünfzehn viele packages so viel platz habe ich nicht, ich kann immer nur einen kommen und wenn leer ist, kommt dann ja, kommt ich muss die eh noch mal hier anschmeißen, sonst sind die asynchron ich fange jetzt nicht an die Wahl, welche Entwicklung ist die ganze Zeit aus entwickeln was wir entwickeln? das ist kein event man, also kein EP-event was denn? ja, glück sei ja, ja, glück sei schon du hast ja genug, aber er ja nicht alles gezündet jetzt können wir ein paar runden drehen so ich habe unten gedreht ein Ei geschlüpft, ich habe leider nicht auf den Sternenstaub geachtet jetzt machen wir hier beim Brunnen ein Raid, ein Blitzer Raid einfach nur wegen den EX Raids ihr wisst, falls die Einlandung mal wiederkommt viele Leute hier am Start die anderen, kein Kommentar sind zu einem 98% Polygon gegangen hätte ich jetzt eine Hand frei, würde ich einen Facepalm machen so, direkt zerstört ist ja eigentlich ein 3er Raid könnte man eigentlich so noch machen, abgesehen vom Blitzall also zwei Leute hätten auf jeden Fall gereicht 1,5 dementsprechend auch nur 4 Punkte uh, Geld war gut ich stehe euch nochmal ab, weil ich ihn empfangen muss ja und und, alles ok, alles gut bei mir, bei dir? so, gefangen ja, richtig schlecht weg damit aber egal ich habe es nur gemacht, weil es auf dieser Arena hier ist falls die Einladung wieder mal kommt meinen alten Kollegen hier lange nicht mal gesehen wir schauen mal gleich wieviel EP er hat aber erst muss er auch den Radium machen wir müssen so statt dein Glück sei, weil ich habe hier gleich 18km die schlüpfen und den Radium nehmen wir auch noch gleich mit das sind saftige EPs ja Tratini ist weg was ist weg? Tratini war hier ein Tratini? ja ja, aus dem Modul, den schaust du doch niemals man hätte es laufen müssen hat Amir gesagt ah ok aber 500, oder? wie immer halt ja dann ist gesperrt ich bin gesperrt ich bin halt so mein Gott, das Ei ist nicht aktiv so, jetzt hat scheiß euch ein Glück sei an wurscht dann mache ich noch mit ich unterstütze euch, verehrte Kollegen danke jetzt sei so jetzt müssen die gleich schlüpfen eigentlich ich entdecke jetzt mal im Labi wo warst du eins? 100 hast du aber nicht gemacht? nee jetzt wo ich Glück sei einhafte scheiße hat Zeit zum entwickeln bitte ja so, wir haben noch etwas oder was? stimmt da ist er schon das ist ein heißer Schweiger im Labi da ist ein Stück oder mein Gott nicht mal Gruppe ah ja da steht die Stückgeber Gruppe da ist alles hier sind wir wir sind hier wir sind hier mach mal rot oder was? ich weiß nicht und rot und gelb da ist noch ein paar Gelb ja, keine Rote mach mal rot und gelb ja, komm schneller ich und die zwei machen wir allein oder was? ja 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 da schauen wir uns mal meinen Rivalen an er hat mehr Staub als ich er hat mehr Staub als ich schon öfter mal laufen aha er kann sich sehen lassen das ist aber recht ein Konkurrenten ich habe noch ein Konkurrenten Musik 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 19,30 ist das was? 20,00er ist das. Das war ein bester Bisschen. Ich hatte bis 19,40, mit 10, 15, 15. Ich hatte bis seit 19,40. 10, 15, 15. 19,30 gut. Die Bisschen geben sich doch gleich für die Bisschen. Die Bisschen geben sich selbst, oder? Nein, komm. Neun Jahrzehnten. Ich glaube, sie jammern und kämpfen. Ja, hier ist das. Das ist ein Snickers. Was Snickers? Ich bin beim Nacht neben dem Rucksack. Was ist denn? Du musst erst austreten. Ich mag das. Du musst erst was zur Unterhaltung brauchen. Ich hab ihn aufgefangen. Ich hab ihn aufgefangen. Den Sellen in Korea, glaube ich. Echt jetzt? Oh mein Gott. 19,17, oder? Echt jetzt? Alter, Zwillinge. Nicht schlecht. Attacken auch gleich? Das wärs jetzt. Ja, Mann. Wir haben den Sellen gefangen. Ich glaub der ist 96. Zurück zum Farmen. Ich hab Glückser laufen. Ja, okay. Und? Schlüpft gleich alles. Hier, 96er und 98er. Schlecht. Oh, viel Glück. Geht, ja. So, endlich schlüften wir. 18 Kilometer. Schauen wir mal. Hauptsächlich brauche ich den Staub. Ich bin mir nur das Beste. Okay, Labica. Was war? 5,17. 5,17. 5,1. Ja, ja. Okay. Ich glaub es schlüpft nur die Hälfte. Die andere ist 100 Meter hinterher. Wollte landen, interessiert nicht mehr. Da haben wir schon 100 Meter. Ja. 5,000 Staubel, gell? Für die Familie hat er noch zwei. Bei mir reicht nur einer. Polygon. 100% vielleicht? Den können wir mal abschicken. Endlich. Ja. Wolltest du da irgendwie ernst auf den Eier in letzter Zeit? Ja. Früher war da viel, viel seltener. Ja. Ja. Wie war es denn? 6,5,7 war. Ein Labica? Ja. Richtig schlecht. Noch ein Wolltonamm. Sag doch, wir sind viel deutsch geworden. Irgendwas haben wir. Irgendwas. Was hat es gefangen oder du? Hä? Tobi, was ist los? Oh, noch ein Arbitur. Schon gesehen in der Gruppe. Ich bin schon drauf, zu spät. Update nach was weiß ich wie vielen Stunden. 19 Uhr ist es jetzt. Ich bin seit 8 Stunden hier. 5 Stunden bin ich noch hier. Ein Zehner. Schauen wir mal. Auf den Staub. Pokémon richtig schlecht. Aber Staub? Fast 5000 ist schlecht. Demnächst schlüpfen wieder ein paar. Dann zeige ich euch noch, wie viel Staub ich gemacht habe. So. Jetzt mal ein Zweier hier. Noch 600 Meter und 1, irgendwas für die nächsten. Staub. Check. 1,8. Also fast 200.000. 180.000. Ich denke 250.000 können wir knacken heute. So. Nächstes Ei. Schauen wir mal. Mein Gott. Es hängt. Ah, jetzt so. Oh mein Gott. Es hängt immer noch. Jetzt so. Oh, Milltank. Perfekt. Beste. 100 Prozent. Hoffentlich. Es hängt immer noch ein bisschen. Mein Gott. Jetzt so. Endual. Schlechtestes. Bester Satz. Schlechtestes. Oh mein Gott. Defense. Ich gönne dir einen Mogi Baum. Gönne ich gar nicht hin. Ja Spaß. Ich gönne dir was Gutes. Mülltank. 100 Prozent für dich noch. Grazini. 4,9,1. Gut. Nein. Ich brauche 4,9,1. Achso. Aber 6400 Staub. Krass. Was? Nee jetzt. Das Maximum. Ja, 32 Bonbons. Alter. Hast du den alten Inkubator gehabt oder den neuen? Nee, den neuen. Den neuen? Weil ich ja kriegt mal nur 4800. Ja, das war das Maximum. Krass. So, das war's. Richtig kranker Tag. 11 Uhr gestartet. Kurz vor 24 Uhr aufgehört. Fast 300.000 Staub gemacht. Und richtig viele Eier gebrütet. Ich glaube heute, also gestern war der härteste Tag. Und im Verlauf der Woche werde ich auch nicht so viel brüten. Das lag jetzt nur an der Box. Und die ganzen Zehner, die ich aufgespart habe. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer erster Tag war. Wie viel Staub ihr gemacht habt. Was ihr alles gebrütet habt. Und jetzt geht's gleich wieder nach Phasing. Zumindest heute zocke ich noch richtig krass. Und dann in der Woche schauen wir mal. Und dann nächstes Wochenende wieder. Auf jeden Fall richtig krass. Aber das war's. Wie mal liken, subscribing, kommentieren. Checkt die anderen wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business.